Für die Präsentation seines brandneuen Dreirads Riker hatte der Can-Am Hersteller BRP keinen Aufwand gescheut. Im Rahmen einer Roadshow war der Riker bei ausgewählten Can-Am Händlern im gesamten deutschsprachigen Raum zu bestaunen. Unter ihnen auch Allrad Horn in Judenburg. Allrad-Horn-Boss Gerhard Horn kommentiert den neuen Einsteiger ins Dreiradfahren. Das ist der neue Riker, das neue Fahrzeugkonzept von BRP kennen. Ein geniales Fahrzeugkonzept für alle, die das Besondere lieben. Die Fahrzeuge gibt es mittlerweile mit 600cc, 900cc und beginnt unter 10.000 Euro mit 9.799. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017